1979, mitten in der Revolution, bin ich zur Welt gekommen, im Iran. Und kurze Zeit später begann der Krieg an zwischen Iran und Irak. 1986 haben sich dann meine Eltern entschieden, den Iran zu verlassen. Und dann hieß es ja, wir flüchten, wir verlassen Iran und wohin, was und so weiter. Dann hieß es, wissen wir noch nicht, aber erstmal geht es weg. Dann begann natürlich mein Leben, meine Firmen, die ich eröffnet habe, meine drei wundervollen Kinder. Und dann kam irgendwann mal TV. Alles bringe ich jetzt auf Papier. Mein neues Projekt für Anfang 2024.